UFC-Champion Jon Jones sendet eine Nachricht an alle Türken und an alle Kurden. Ihr habt richtig gehört, Freunde. Jon Jones war gerade im Bangtao Muay Thai Gym in Thailand und hat dort ein MMA-Seminar abgegeben. Dort hat er auch den momentan einzigen UFC-Halbschwellgewichtsfighter Ibo Aslan getroffen. Dieser hat daraufhin eine Nachricht an alle Türken mit Jon Jones zusammen aufgenommen. Guckt gerne selbst. Hallo, alle in Türkei. Ich bin hier mit Aslan. Ich wünsche euch alles Gute. Ich liebe euch. Ich kann nicht wundern, dass ich da rausgekommen bin und sagen, hallo. Supporten eure Spieler, supporten eure Krieger. Alles Gute. Darüber hinaus gab es auch noch eine Sequenz von Sado Urfa, dem jungen, aufstrebenden Fighter, K1-Kämpfer und auch, ich glaube, MMA. Guckt euch gerne mal diese Nachricht von Jon Jones an alle Kurden an. Kurden? Kurden, nur Kurden. Kurden, ich liebe dich. Danke.